Hallo liebe Wassermannfrau, lieber Wassermannmann, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben im Juli 2020 aussehen wird. Hoppala, das sind zu viele Karten. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres, Monats sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du all die Karten, die ich hier einsetze, finden kannst. Das hier ist das Psychic Tarot, das ist auch unten aufgeführt, ja? Die Links zu meinen Social Media Accounts auf Facebook und Instagram findest du ebenfalls unten in der Infobox oder im obersten Kommentar. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, die Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Also, starten wir mal. Gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Wassermann vom 1. bis 31. Juli, bitte. Wassermann, vor meinem geistigen Auge sehe ich einen Wassersprinkler. Ja, und zwar kommt dir der sehr gelegen. Ich habe das Gefühl, dass es dir zu heiß wurde in letzter Zeit. In der Schweiz ist es momentan auch ziemlich heiß und da gibt es vor meinem geistigen Auge einen Wassersprinkler und der verteilt so unglaublich erfrischende Feuchtigkeit, ja? Der verteilt so sehr, das Wasser sehr neblig, dieser Wassersprinkler. Und ich sehe dich da diesen Wassersprinkler genießen. Es wurde dir zu heiß und ich glaube, Wassermann, dass dir die Liebe ein bisschen zu heiß wurde in letzter Zeit. Es kann auch sein, dass das erst im Juli so sein wird oder, dass du dich dann von der Liebe abwendest, eine Weile in Deckung gehst, um dich Dingen zuzuwenden, die dir wirklich Spass machen. Wie leichte ich das davon ab? Es ist heiß, ja, Hitze, Sommerhitze und dieser Sprinkler, das ist einfach diese Flüssigkeit, die dieser Sprinkler da verteilt, das ist mir zu neblig, als dass ich das als Liebe definieren könnte. Ich glaube, die Liebe an sich wurde dir zu heiß. Ich glaube, dass hier zu viele Wahrheiten waren, die du dir eingestehen musstest, ja? Die Sonne, das steht für Erleuchtung, das steht für Aha-Effekte. Und du wirst so im Juli das Gefühl haben, dass die Liebe etwas ist, das du momentan lieber nicht berühren möchtest, ja? Bei diesen Wahrheiten kann es um Wahrheiten in Bezug auf irgendwelche Lügen gehen. Es kann aber auch um Wahrheiten gehen, die du in dir selbst, dir selbst eingestehen musst, ja? Wahrheiten, die dich dazu verleiten werden, eine Weile Abstand zu halten bei Liebesthemen und dich lieber, die dazu führen, dass du dich lieber um andere Dinge, die dir genauso Spaß machen, dass du dich lieber diesen Dingen wenden möchtest, ja? Das ist so diese typische Sieben-der-Kelche-Situation, wo man all die Möglichkeiten auf Erden, die auch Spaß machen, in Betracht zieht, verfolgt, ja? Schauen wir doch mal, was die Karten hier dazu sagen werden. Drei Karten bitte zum Liebesleben von Wassermann im Juli 2020, bitte. Diese hier, diese hier und diese hier. Okay. Herzschmerz und Verlust, drei, das steht für drei der Schwerter. Einundzwanzig, Universum. Vier, Autorität. Drei, einundzwanzig, vier. Hier haben wir die Quersumme drei. Was auch immer das für Wahrheiten sind, die du erkennst, ja? Das hier ist die Drei-der-Schwerter-Karte in diesem Deck. Bei Drei-der-Schwerter geht es um drei Schwerter, die in ein Herz gerammt werden. Schwerter stehen für Gedanken, für Informationen, für Wahrheiten, ja? Das tut deinem Herzen weh. Und daraus ziehst du dann universelle Lehren für dich, ja? Einundzwanzig, das ist im Tarot dann die Weltkarte. Man lernt eine Lektion aus Herzschmerz heraus, aus Wahrheiten, die dir wehtun, heraus. Erkennst du eine Lektion, Karma-Lektion für dich selber und schließt mit der Vergangenheit ab und übernimmst hier die Kontrolle über dein Leben, ja? Ich hatte vorhin gesagt, es kann um Wahrheiten gehen, die eben Lügen betreffen oder eben eine bestimmte Person oder dass da Informationen zum Vorschein gekommen sind oder dass es um Wahrheiten geht, die du dir selbst eingestehen musstest. So wie es aussieht, ist es eine Kombination von beidem, ja? Es wird hier, die Sonne scheint hier auf Dinge, die im Dunkeln gelegen sind und die im Dunkeln lagen. Das tut dann weh und führt dann auch zu Erkenntnissen, die dann nochmals in dir selbst wehtun. Und da bist du, Autorität 4, das ist die Herrscherkarte im Tarot, du wirst dann in Bezug auf die Liebe eine Weile eiskalt sein, Wassermann. Ja, ich meine, das ist ein Monat, ja, wir schauen hier für Juli und ja, ich finde es gut, wenn man sich hier ein bisschen zurückzieht, ja, nachdem man hier eine solche Transformation hier durchmacht, ja. Du wirst dann hier nach dieser Universumkarte, nach dieser Weltkarte hier, wirst du dann als Nach mit der Nullkarte neu springen in eine neue Realität mit neuen Wertvorstellungen, mit neuen Erwartungen, ja, vor allem auch an dich selber. Und ich sehe hier vor allem auch sehr viele Wassermann-Menschen, die... Ein Moment. Ich sehe hier viele Wassermann-Menschen, die... die ihren Typ wechseln werden. Ihr werdet nicht mehr auf die gleiche Art Person stehen wie vorher. Also wenn ihr vorher vor allem Männer oder Frauen attraktiv gefunden habt, die zum Beispiel ruhig sind, dann wollt ihr dann im August, September Menschen, die lebhafter sind und umgekehrt. Ja, euer Typ wird sich ändern. Schauen wir doch mal. Eine Karte bitte zum Liebesleben von Wassermann vom 1. bis 30. Juli, bitte. Die Liebenden. Die Liebenden. Die Liebenden steht für Entscheidungen im Liebesleben. Die Liebenden steht dafür, wie man sich die Liebe vorstellt. Ja? Was ist meine Vorstellung von einem Partner? Was ist meine Vorstellung von einer Beziehung? Was strebe ich in der Liebe an? Die Liebenden haben wir hier. Sechste Karte. Hier die Sonne, die all das beleuchtet, was im Dunkeln lag. Und hier haben wir 3, 21, Quersumme 6. Aus Herzschmerz heraus siehst du hier Lehren für dich selber. Wassermann. Ja? Und du wirst deine Sicht auf die Liebe komplett neu definieren. Okay? 10, der Schwerter. Aus die Maus. Die Vergangenheit wird hier zurückgelassen, falls es hier Menschen in deinem Leben gibt. Mit denen du Probleme hattest bisher, dann werden diese auch zurückgelassen. Dieses Zurücklassen hier, dieses Absterbenlassen der Vergangenheit, Jahrzehnte, Schwerter, da ist Schluss. Es betrifft nicht jene, die Wassermann neu kennengelernt haben. Also was du, Wassermann, hier durchmachst, das ist schon ein sehr tiefer Schmerz. Und einen solchen Schmerz hat man nicht mit jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat. Oder wo man am Kennenlernen ist. Ja? Du schließt hier ab mit Menschen aus der Vergangenheit, die dir wehgetan haben. Und du schließt hier ab mit deiner alten Vorstellung von der Liebe. Du wirst ab jetzt eine neue Vorstellung von der Liebe haben. Du wirst ab jetzt einen anderen Typ Mensch verfolgen in der Liebe. Und das war schon ein paar Mal Thema bei dir. Ja, ja, das war schon ein paar Mal Thema bei dir, dass du hier so deinen Typ so änderst. Ja? Also die, die auf Johnny Depp stehen, die werden nicht mehr auf ihn stehen. Wobei ich glaube, der ist jetzt nicht mehr so beliebt nach dieser komischen Geschichte da. Wer auf sonst irgendjemanden gestanden ist, ihr werdet nicht mehr auf diesen Schauspieler, diese Schauspielerin stehen. Ich sage es euch, ihr werdet einen anderen Favoriten plötzlich haben. Ja, ja, der Mond. Ich nehme diese Karte umgekehrt. Ja, ja, ich nehme diese Karte umgekehrt. Was auch immer das für ein Schmerz ist, Wassermann, den du hier hast, es rüttelt dich auf. Du fühlst dich plötzlich überhaupt nicht mehr wohl da, wo du bist. Du fühlst dich überhaupt nicht mehr als du selbst in deinen Ansichten, was die Liebe anbelangt. All das, was dir früher gefallen hat, all das, was du früher als attraktiv empfunden hast, als erstrebenswert empfunden hast, erscheint dir mittlerweile nur noch als beängstigend. Ja, also hier kommt eine Phase auf dich zu, wo du dir regelrecht denkst, oh mein Gott, wie konnte ich nur auf ruhige Menschen stehen? Und es mag absurd klingen, aber schon der Gedanke daran, dass du mal auf ruhige Menschen gestanden bist, dass du die attraktiv gefunden hast, wird so irgendwas in dir wieder regen. Ja, eine gewisse Unsicherheit. Also da scheinst du wirklich ein bisschen traumatisiert zu sein. Was auch immer da passiert ist, ja, und König der Münzen, das ist ein sehr verwurzelter Mensch und das hier steht dafür, dass du dich ablöst von der Vergangenheit. Ja, und vorwärts gehst, ja, und dich dann woanders installierst. Wie ist das, Maria? Zehn der Stäbe. Also da ist definitiv ein Abschluss. Und der Herrscher. Da ist definitiv ein Abschluss. Ich habe hier zehn der Schwerter und zehn der Stäbe. Wer auch immer hier eine tiefere Geschichte mit Wassermann hatte und sich hier in dieser Geschichte sieht oder Wassermann in sein, ihren Wassermann-Menschen da in dieser Geschichte sieht, dürft hinterherwinken. Wassermann ist hier definitiv fertig. Es betrifft nicht jene, die noch in der Kennenlernphase sind. Also man muss schon psycho sein, damit man schon in der Kennenlernphase so eine Traumatisierung hier jemandem antut. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Ja, das ist es. Zehn, zehn. Abschluss. Bye, bye. Hier die 21. Karte. 20 hier. 21 hier. Du machst hier einen weiteren Schritt in Richtung Neustart. In Richtung der Nahe. Die erste Karte im Tau. Ja, hier bist du, zeigst dich ab jetzt der Liebe gegenüber eiskalt, Wassermann. Und du wirst dich ab jetzt mehr um dein Leben kümmern. Und ich hatte in der Vision, hatte ich gesehen, wie du eben diesen Sprinkler genießt. All die Dinge in deinem Leben, die dir Freude machen. Ich glaube, dass du jetzt erstmal, jetzt mal so abseits von der Liebe, dein Leben so umgestalten wirst, dass es dir Spaß macht. Ja, und erst nachdem du dein Leben so eingerichtet hast, dass du das Gefühl hast, doch, es läuft alles genauso, wie ich es haben möchte, dann erst wirst du dich wieder der Liebe zuwenden. Okay? Und wir haben hier sechste Karte, vierte Karte, wieder ein Zehn, Abschluss. Du übernimmst hier die Kontrolle über dein Leben und du definierst deine Ansichten in der Liebe komplett neu. Ich hatte gerade vorhin bei Löwe, hatte ich auch einen solch krassen, bei Löwe hatte ich hier dreimal die Todeskarte liegen. In allen drei Tower Decks, die ich hier benutze, hatte ich die Todeskarte. Das ist eine krasse Transformation, die alle momentan machen. Es gehen sehr viele in Richtung eigene Natur. Viele lassen alles abfallen, das nicht mehr zu ihrer Natur passt. Ja, ja, und das sehe ich jetzt auch hier. Wassermann, ich werde hier mit diesen Rider-Waite-Karten, werde ich, ich muss es ja hier jetzt so zeigen, mit diesen Karten werde ich zwei weitere reinziehen, dann sehen wir, was hier genau passiert, worauf das Ganze hier hinausläuft, ob hier eine Gegenseite erscheint, ja, werden wir alles sehen. Diese Karten hier werde ich so oder so für alle Wassermann-Menschen da fragen, auch wenn ihr Menschen zurücklässt. Ich werde hier trotzdem fragen, was es hier gibt, was ihr noch nicht über euer Gegenüber wisst, aber wissen solltet. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!